Von Herzogin Kate sind süße Aufnahmen aufgetaucht, in denen sie im Alter von elf Jahren Theater spielt. Wie die britische Daily Mail berichtet, wurde an Kates Schule My Fair Lady gegeben. Und Kate spielt natürlich die Hauptrolle, Eliza Doolittle. In dem Stück geht es darum, wie aus einer Blumenverkäuferin eine feine Dame wird, die am Ende für eine Prinzessin gehalten wird. Es ist schon merkwürdig, wie das wahre Leben manchmal spielt. Die ehemalige Kate Middleton ist heute bekannt unter dem Titel Catherine, Herzogin von Cambridge.